Jo, Freunde, was geht? Ich bin endlich wieder zurück zu Hause auf Madeira. Für die, die es gar nicht wissen, ich wohne ja auf Madeira schon seit eineinhalb Jahren. Und ich war jetzt für drei Wochen in Deutschland. Ich habe leider Corona bekommen gehabt. Ihr habt es vielleicht schon geahnt. Und deswegen muss ich nochmal zehn Tage länger bleiben. Aber alles gut gegangen. Also mir geht es wieder topfit, bin wieder negativ schon seit einigen Tagen jetzt. Und bin jetzt wieder zu Hause auf Madeira. Das heißt, es sind jetzt wieder ganz normale Shop-Videos mit gewohnter Qualität hoffentlich. Ich hoffe, es ist alles richtig eingestellt gerade. Ähm, ich muss erstmal gerade Fortnite updaten hier an meinem PC. So, auf jeden Fall soll es heute etwas Seltenes geben. Äh, das müssen wir aber erstmal schauen. Warum ist das so laut? Warte, das ist irgendwie insane laut. Das ist nicht so normal. Oh ja, okay, es ist auch auf 100% gestellt. Kein Wunder, dass das so krass laut ist. So, macht den Gritty, finde ich gut. Ein Fob-Vim ist immer für 500 V-Bucks. Joyskin ist wieder drin. Die hinten integriert mich mal oben mit ihren Rollerskates. Ja, weiß ich nicht. Skin habe ich mir jetzt nicht geholt, obwohl ich den eigentlich ganz cool finde. Aber die 1, 2 würde ich jetzt nicht dafür ausgeben. Auch die Lackierung finde ich nicht so krass. Todenschürze habe ich mir zwar gekauft, aber... Ah, ich weiß gar nicht. Ich fand am Anfang den Backpack ganz cool. Aber im Endeffekt habe ich ihn dann fast nie gespielt. Also auch eigentlich zu teuer mit 2000 Übers der Skin. Hacke und Lackierung ist eigentlich cool. Die könnte ich mir mal kaufen. Die finde ich actually nice. Ähm, ja, Skin hat sich nicht so gelohnt. Und dann haben wir das freche Wurst-Paket immer wieder drin. Das war auch schon jetzt ein bisschen nicht drin. Da haben wir den Tray natürlich dazu. Den... Ups, hier. Wo ist der? Hallo? Da rede ich mal um. Der Backpack. Und natürlich die Hacke dazu. Oh, ist eher ein Fun-Paket. Würde ich mir, glaube ich, nicht unbedingt holen. Es soll jetzt aber noch was Seltenes geben. Äh, erstmal von gestern. Das Paket hier für die 400 V-Bucks. Der Flopper-Skin mit dem Schildkröten-Schild auf dem Rücken. Boxen-Stop. Auch guter Skin für 800 V-Bucks. Schön preiswert. Bunga-Boogie-Mode. Ist geil. Für manche Leute ja... Für so einen Alptown, weil der ja nur 500 V-Bucks kostet. Dann haben wir Pump-Up-The-Jam. So ein geiler Dance. Ich mag die Musik. Also den würde ich mir safe holen. Und jetzt haben wir das seltene Item des heutigen Tages. Und zwar geht es um den Ratschlag. Dieser Emote war jetzt seit 800... Ähm, Voice Greg. Seit 801 Tagen nicht im Shop drin. Also der war jetzt überraschend selten. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm den Skin-Mode. Ähm, ja. Ist vorbewegungs-Emote. Da wird einem doch insane schwindelig irgendwann. Aber naja. Also cooler Emote. Mag ich. Habe ich mir auch damals direkt gekauft, als der rauskam. Kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, jetzt über 800 Tage nicht im Shop gewesen. Das ist so eine sehr seltene Sache heute im Shop. Schere und Schleipapier. Den würde ich mir auch holen. Kann man immer gut gebrauchen. Und ansonsten haben wir hier noch... Ähm, ja. Assassin's Creed. Oh, die Lackierungssachen sind wieder da. Da sind natürlich auch die ganzen Lackierungen passend dazu drin. Ne? Da kann man dann quasi sowohl jetzt hier die Skins mit den Lackierungen färben. Also man kann hier dann einfach eine Lackierung auswählen. Zum Beispiel da und so. Das ganze färben. Oder zum Beispiel hier diese Lackierung. Dann ist der Oberkörper so gefärbt. Das kann man aber auch mit den, ja, anderen Sachen... Da kann man dann hier die Lackierung einfach drauf anzeigen. Genau. Ja. Muss man... Muss man nicht machen. Habe ich mir einen davon überhaupt gekauft? Äh, ne. Ich habe mir nicht mehr einen Skin davon gekauft. Also, ja. War mir offensichtlich nicht so wert. Magma Lackierung ist aber wieder da. Sehr geil. Also, sehr viele coole Lackierungen heute drin. Äh, oh. Ich kann mir gleich das Paket kaufen. Ich werde es eh selber vergessen. Aber ich kann es wieder kaufen. Äh, by the way. Danke an alle, die meinen Credit Codes noch hier benutzen. Viel, viel lieben Dank. Ich mache jetzt auch weitere Gewinnspiele über den Credit Codes noch hier. Also, ja. Ehre. Und ich muss noch die Gewinner von den letzten Tagen anschreiben. Äh, weil ich jetzt, wie gesagt, in Deutschland war. Und nur mobil in meinem Laptop war. Habe ich es noch nicht geschafft, da allen zu antworten. Also, keine Sorge. Da werde ich auf jeden Fall noch mich drum kümmern. Und, ähm. Ja. Da würde ich sagen, danke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt jetzt einen wundervollen Tag. Also, kommt gut rein. Und, äh, wir hören uns morgen wieder zum nächsten Shop-Video. Bis dahin. Macht's gut. Und und rein, Freunde. Tschüss. Tschüss.